Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge heute von FIFA 18 Ultimate Team. Wir machen gleich nochmal The Journey. Und wenn es mir dann noch einigermaßen gut geht, weil ich ja heute krank bin, machen wir noch eine kleine Activity für unsere Bonus-Spiele. Da weiß ich nämlich schon, was wir nehmen werden. Premium Gold Set. Und jetzt bitte, bitte, ein geiler. Sonst hätte ich mir auch irgendeinen Deutschen jetzt kaufen können. Nicht mal Glitz machen, muss ich mich überraschen. Wieder mal ein Scheißpack. Obwohl, 3000 Menschen. Wenn wir jetzt einigermaßen vielleicht noch gute Spiele bekämen, wäre es eigentlich ganz okay, das Pack gewesen. Schadensbegrenzung, nenne ich es mal. Dabei haben wir jetzt ein paar Fitness-Karten und Vertragskarten wieder. Aber wir haben jetzt natürlich nichts dabei, was uns besonders anmacht. Mal gucken, was wir hier noch rausbekommen. Finn Bogersong. Hätte man eigentlich behalten können, für die Bundesliga um aufzufüllen. Das Pack war jetzt wirklich Mist. Ja, mit Aufstieg brauchen wir dieses so nicht zu rechnen, es geht nur um den Klassenerhalt. Wer nah hat keinen Vertrag mehr, passt ja. Wir werden uns aber auch noch Schmelzer holen. Das hat Stärke 80 und ist auch nicht so teuer und es ist zwar an Stärke und sowas geht, wollen wir auf jeden Fall machen, aber das nächste ist mit Gondorf ausgetaschen. Dann Kramaric. Auch wenn ich ihn mag. Ich glaube, ich werde nur auf der Bank behalten, weil 350 Goldhaler gekostet. Und was Besseres für die Bank kann man ja nicht haben. Heute mit Düsseldorf-Trikot. Ich dachte, wir hätten uns zwei Stuttgart-Trikots ausgerüstet. Er hat zwei Leihspieler drin. Eigentlich eine gute italienische Mannschaft für den Anfang. Mal gucken. Bella Italia. So. Und jetzt geht's los. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werft man kurz einen Blick drauf. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar nach vorne. Er ist der Schuss. Und zwar aus dem Mittelfeld. Donnarumma, da bin ich auch kein Tor. Aber passt dann zum Trediger oder nicht. Dalbert. Nangolan. Theriot. Dalbert. Pass auf die Außenbahn. Der Ball auf die Außenkommung kommt nicht durch. Vorsberg. Das könnte gefährlich werden. Unaufhaltsam. Da ist die Flanke. Die Flanke bleibt hängen. Und Kagawa. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Einer der besten Spieler der Welt. Gar keine Frage. Vor allem, wenn man sich ansieht, was der Ball drauf hat. Konopianka. Jetzt müssen sie aufpassen. Das macht er gut. Nangolan jetzt am Ball. Andres Silva. Und klasse. Tolles Zuspiel. Und jetzt die Chance. So, geht er gleich gut los hier. Früheres Tor. Das wird interessant hier. Schönes Tor hier nach diesem Spielzug. Vor allem der letzte Pass hat die Abwehr ausgehebelt. Absolut. Da hatten die Verteidiger mal komplett die Übersicht verloren. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Guter Ball nach draußen. Der Ball sollte auf den Flügel gehen, aber er kommt nicht an. Terrio. Das ist jetzt das dritte Spiel heute. Und es läuft immer noch nicht zusammen bei uns. Jetzt nein, Golan. Jetzt vielleicht. Boah, wie hat er den weg gehalten? Zwar wohl es alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Oh, der Stoß. Da kommt die Ecke. Der Ball war ziemlich harmlos. Fängt diesen Ball ab. Dahlberg. Willian. Terrio. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Nicht rein. Das könnte der Gelegenheit werden. Dahlberg. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Abwehr hat aufgepasst. Forsberg. Gondorf. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schießt doch rechts, dann gehe ich. Jetzt Bellarabi. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Und Lukas Bilia. Und direkt zurückgespielt. Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Abstoß. Wieder zum Gegner. Jeder Ball ist weg, das kann es echt nicht sein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Bellarabi am Ball. Jetzt wird es gefährlich. Kieber geht's gut zum Ball. Forsberg. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Gefährlich, immer noch. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesen-Szene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Zu wenig. Und es gibt Eckball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Was machen Sie draus? Bellarabi. Chance erst mal vorbei. Alter, nicht ein Ball kommt durch. Terrio. Das ist weg. Einwurf. Das ist eine Scheiße. Erste Halbzeit. Moreno. Erzbillia. Gondorf. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Konopianka. Jetzt der Schuss. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen Sie weiter machen. Langolane jetzt am Ball. Terrio. Emil Forsberg. Jetzt müssen Sie aufpassen. Der Reingabe kommt lang. Da kommt er hin und er fraust du den Ball weg. Was ist das denn für ein Schuss? Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Erzbillia. Jetzt nein, Golan. Zur Pause steht es 1 zu 0. Ein knapper Vorsprung. Der für die zweite Hälfte... Alle möglichen... Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Wird das eine Torchance? Abgefangen, gut gemacht. Wie einfach, dass er sich den Ball denn abnehmen... Er hat die Situation geklärt. Luka ist ja jetzt. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und da ist der Ball wieder weg. Er passt ihn auf den Flügel. Gondorf. Karim Bellarabi. Arndt hier diesen Pass, welches der Ball? Egal, wo ich hinschieße, weil es beim Gegner... Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungs... Super Pass! Da ist die Flanke. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Na, da hat einiges gefehlt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Moreno. Gibt's jetzt die Gelegenheit! Gondorf. Super dazwischen gegangen. Nicht zu fassen. Jeder Ball ist weg oder wird gefälscht. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Eigentlich hätte er uns ausgeschossen. Lukas will ja jetzt. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Jo, Leute. Heute gibt's wohl keinen Sieg für uns. Die Fans sind unzufrieden. Denen geht das hier nicht schnell genug. Das kann ich nachvollziehen, Wolf. Man merkt wirklich, wie sie hier in jeder Szene etwas langsamer werden, um zumindest ein paar Sekündchen von der Uhr zu nehmen. Selbst der Ball ist weg. Nicht ein Zweikampf gewinnen die mittlerweile. Eckball geht's. Eckball geht's. Eckball kommt's. Szene ist noch nicht vorbei. Nun will ja. Er dauert vorn. Auf jeden Fall, klasse. Er spielt ihn zurück. Guter doppelmaß. Gabi ist geil, aber der Rest ist fußbaufähig. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Dalbert. Nangolane jetzt am Ball. Und nun Bilia. Terrio. Jetzt könnte's gefährlich werden. Er nimmt ihm den Ball ab. Unglaublich. Bellarabi. Der ist auch wieder beim Gegner. Jeder Ball ist beim Gegner. Das kann's doch irgendwo nicht sein. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das könnte gefährlich werden. So. Und jetzt ist es vorbei. Genau. Hier kommt einmal vor Storen. Mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Jetzt Bellarabi. Das ist ein Spiel. Das könnte die Chance werden. Über 2-0. Nun Kagawa. Und jeder Ball ist weg. Dalbert. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gut aufgepasst. Das wäre sonst eine gute Gelegenheit geworden. Können Sie kurz denn schon nicht kommen? Aufziehen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt die Flanke. Gut abgefangen dieser Ball. Den kann er klären. Nun Juan Fahre. Die Defensive steht. Und Juan Fahre. Jetzt will ja. Man liegt ein Ball. Kommt in die Mitte. Und jetzt haben Sie den Ball. Das könnte der Gelegenheit werden. Ball kommt rein. Das könnte gefährlich sein. Er kann abwehren. Nicht mal der geht rein. Das kann es doch echt nicht sein. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt Binia. Jetzt wird es gefährlich. Dalbert. Nein, Golan. Der ist doch heiß. Er trifft den Pfosten. Warum schießt er aus 30 Meter gegen Pfosten? Wie geht sowas? Manchmal schießt er irgendwo ins Nirvana immer. Guck mal den Schuss an! Alter! Und der geht auch nicht rein. Willst du mich verarschen? Unfassbar. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Unfassbar. Was hier wieder abgeht. Taa. Bela Rabi. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Wird es jetzt gefährlich? Ja, Leute. Nächste Folge dann. The Journey. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Alexander hat ja jetzt ein Angebot von Real Madrid bekommen. Mal gucken, wie es da geht. Das Spiel ist einfach nur zum Vergesen. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Da kommt die Ecke. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Aber der ist wirklich heiß. Heiß auf Abpfiff. Das Spiel ist aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Danke fürs Zuschauen.